Die Liebe ist immer wieder das Thema. Was die Menschen bewegt, begleitet und man will wissen, kommt die Liebe auch zu mir. Wir betrachten heute das Sternzeichen Jungfrau. Sie erlebt das Glück in diesem Sonnenjahr. Das ist das Jahr der Liebe für sie, so dass sie absolut auf der Liebeswolke schwebt. Sie beschäftigt sich keineswegs mit kleinen, netten Flirts. Absolut nicht. Hingebungsvoll und unterstützend von der Venus erlebt sie seit Beginn des Jahres die Liebe. Unterschiedlich freudige und traumhafte Begegnungen, die sich in den letzten Monaten in ihr Leben schlichen, lassen die Jungfrau seit August eine traumhafte Zeit mit ernsthaften Gefühlen erstrahlen. Solltest du allerdings bisher deinem Glück aus dem Weg gegangen sein, kann es mit der Venus gegen Ende September bis ca. Mitte Oktober zu einem wunderbaren Liebesmoment kommen. Den Jupiter dir ab dem 10. Oktober zu dir bringt. Somit ist es durchaus möglich, dass du dem Menschen begegnest, der die Liebe zu dir trägt und deine Seele berührt. Die Sonne bewegt dein Leben und deine wahren Gefühle. Stehe zu dir selbst und zu dem Menschen deiner Liebe. Empfange dein Liebesglück. Ich wünsche euch viel Liebe und Glück. Eure Diria